Hallo, ich bin Benjamin Karl, Snowboard-Weltmeister und Radfahrer aus Leidenschaft, aber dabei vergesse ich nie auf meine Sicherheit. Wir möchten euch heute einen guten Tipp geben. Radfahrer sind leise und leicht zu übersehen. Die Verwendung von Reflektoren an Kleidung und Rad sind eine sehr gute Hilfe. So habt ihr mit Sicherheit mehr Spaß am Sport. Untertitelung des ZDF, 2020